So, willkommen mal wieder zu einem neuen Kochvideo. Heute gibt es Krautsalat, dafür braucht ihr Öl, Kümmel, Salz, Weißkohl, Essig, Frühlingszwiebeln und Zucker. Als erstes machen wir jetzt hier die äußeren Blätter mal ab von dem Weißkohl. So, das kommt ein. So, dann halbieren wir den halben Weißkohl. Ganz wichtig, den Strunk dran lassen. So, dann eine Schüssel und über die grobe Sechskant bzw. Vierkant Reibe reiben. So. Und weil das ein bisschen dauert, machen wir eine kleine Pause. So, der halbe Weißkohl ist jetzt geraspelt bis zum Strunk. Den Rest könnt ihr wegschmeißen. So. Das Ganze... Lass mal auskratzen. Ja. Das Ganze sieht dann... Ups, da schmeißen wir schon die Hälfte weg. Das Ganze sieht dann richtig fein aus. So, das schneiden wir jetzt beiseite. Und schneiden die Frühlingszwiebeln. So, erstmal hier das Labriche ab. So, das weg. Dunkelgrüne braucht man nicht. So, das kann man wegschmeißen. Und dann wird das jetzt in feine Scheiben geschnitten. So. So, feine Scheiben. Ein ganzes Bund könnt ihr dafür nehmen, für einen halben Weißkohl. So, das kommt da rein. So. Bis zur Wurzel schneiden wir das jetzt zu Ende. So. 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 Also. Oh. Die Frühlingszwiebeln sind jetzt im Weißkohl. Jetzt gehts ans Würzeln. Für einen halben Weißkohl ungefähr 2 Teelöffel Salz. Schöne Prise. Noch ein bisschen mehr. Gemahlener Kümmel übrigens, keinen ganzen Kümmel. Da macht ihr so einen Schwab rein. Rapsöl macht ihr auch so einen Schuss rein, so 3 Esslöffel. Und Essig kommt da jetzt einen Esslöffel rein. Und dann kommt natürlich noch, wenn Essig drin ist, kommt natürlich auch noch Zucker rein. So, dann nehmt ihr einfach hier so 3, 4 Löffel. So, und das Ganze wird jetzt verknetet. So, der Krautsalat ist fertig. Das Geld Roki Zugi. Und den lasst ihr jetzt schön über Nacht ziehen. Beziehungsweise 1-2 Stunden im Kühlschrank ziehen. Und dann sieht das Ganze so aus. Der Krautsalat ist fertig. Danke fürs Zusehen. Kühlschrank. Halt. Halt. Komm. Dähden.